Habt ihr die ganzen Wetterbauten schon abgebaut? Scheiße! Ich hab meine Aktion Rache-Rüstung mit Aktion Rache sperrt an. Alter! Was soll das denn? Aktion Rache! Bitte sag, das ist gecheatet. Ja. Okay, gut. Willi, was macht er? Ja. Was zu sehen. Ich trage eine Lederrüstung. Eine blaue. Eine türkise Lederrüstung. Warte mal, ich mach mal kurz den Waypoint aus. Eine was macht er? Er kriegt eine blaue Lederrüstung. Ein halter Kies. Ja, eine Diamantrüstung. Wir haben es jetzt alle verstanden. Da hinten ist er. Ah, ich will nicht! Was für ein hessischer Eingang? Ah, ich hab was zu essen. Du hast was zu essen. Du hast was zu essen. Warte! Ein... Zwei Brote müssten reichen. Lass uns auf Robbettjagd gehen. Wow! Basti, wenn du nicht bald mal aufhörst rumzucheaten, dann werde ich dir sagen, äh... What the hell? Was ist das für ein Bug? Ehe nichts. Du bist der Bug. Habt ihr uns schon wieder eingebaut? Hey! Blazy! Leute! Daisy! So. Du scheiß, Blaze! Wo seid ihr? 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 Ich zeig's dir! So, hier lang! Fuck this shit! Ich hab keine Rüstung. Das ist das Problem. Ich mach mal lieber wieder zu. Aktion Rache, Naht. Basti, wehe. Aktion Rache ist nur ein Deckname, wer's nächstes tötet. Na ja, ich will nicht. Topsis. Meint ihr diese Festung hier hinten? Oh sorry, tut mir leid. In welcher Festung seid ihr denn? Nein! Vieres Buchanlackenschwein! Ah ja, Hilfe! Oh! Genau. Noch vier Herzen. Es ist ja keiner eigentlich... Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich wollte einfach mal die Lübsacken mitnehmen. Ach, Glück. Puh. Hey, wo bist du denn, Mark? Oh, keine Ahnung. Kicker, die folgt mir. Ich sitz hier echt wie so'n Harzer. Oh, der Stein brennt, weil ich mach ihn aus. Brot. Und warum brennt er eigentlich Stein, Tim? Keine Ahnung, aber so hat Tim recht. Wow, wir haben jetzt bestimmt fünf solche Typen getötet und haben zwei Rods bekommen. Hey, wo geht's denn hier weiter, ihr Hobbits? Oh, Mann. Basti. Basti. Deine Mutter. Die Tat eines gewissen Tomate. Alle nur unfäh. Bist du im Nähter? Ich bin Oma's im Nähter. Ich bin Oma's im Nähter. Mit dir kann man nicht ohne streichen. Achtung, 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 Achtung! Wilhelm. Ein Wizzers-Gelett. Cool. Töte's mal, ich möchte ihn... Was war denn das für'n Schwert? Was war denn das für'n Schwert? Scheiße, warum... Was? Leute, seid ihr im Nähter oder nicht? Ja. Na dann kommt mal, reportet euch. Was? Siehst du mich? Ich seh da so'n... 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 Kommst du mit hoch? Ja, warum nicht? Hey, da ist noch so'n... Einer in... Hallo! Basti, du bist so'n Schwert, ey! Hallo, Freunde! Hele Floyd, was machst du hier? Immerhin kennst jemand. Was macht ihr denn hier? AHHHHH! Gott! Hey, wir töten grade... In Plates? Also jetzt grade nicht, aber... Richtig. ...aber... schon... relaxed. Weiß, ich brenne. Alter Basti... Willi, hat er sich diese... Wieso gehen jetzt alle da rein?! Seid ihr blöd oder was?! Naja, wenn... Wenn der Spawner kaputt geht... Wehe. Wehe. Wenn hier jemand den Spawner kaputt macht... Dann... Hagelt es. Was? Hast du dir diese Rüstung gecheatet? Ja. Welche Antwort möchtest du denn hören? Ja, oder nein? Was möchtest du denn hören? Sag dir gerne, was du dörntest. Die Wahrheit ist so... Du brennst. Gecheatet, ungecheatet. Was ist dir denn lieber, Tim? Sag doch einfach die Wahrheit. Die Wahrheit ist mir am liebsten. Okay, gecheatet. Und warum? Hättest du dir die nicht wenigstens aus unseren echten Diamanten machen können? Das war ja eigentlich für die sogenannte Aktion Rache geplant. Wach denn, aber... Nein! Ich hab als einziger so ziemlich keine Rüstung, glaube ich. Kann das sein? Ja, da ist besser raus. Wer schießt hier mit Pfeilen? Welches trägst du? Ich? Deine Mutter schießt. Aber nicht auf euch. Habt ihr die ganzen... Wer hat das schon abgebaut? Scheiße! Was? Adios, Juno. Das klingt immer so geil. Er hat alle gar keine Helme, außer Max und Bier. Ihr seid eigentlich ein Hobbit. Nee, Hobbits haben keine Schuhe an. Ich weiß nicht, wie soll ich das jetzt so lustig finden, aber irgendwie ist es... Was passiert eigentlich, wenn ich einen Place mit der Place-Watt... Dann kommt deine Mutter raus. Aber du kannst mit Schneeballen-Kette die angreifen, glaube ich. Ich glaube, irgendwas kann man mit Place-Watt und Place-Watt... Du brauchst nur 10.000, ähm... Ja, ja, ich weiß. Kann man nicht... Ist irgendwas nicht speziell, wenn man das mit Place-Watt und Place-Watt... Tim! Tim! Jule? Ich war das nicht. Noch einmal! Jule, geh mal nach rechts. Oh, jetzt muss ich das ganz alleine machen, hier, Hilfe! Ich sterbe. Oh, yes. Wow! Kein Problem. War das gerade ein Witz, Tim? Was für ein Witz? Du schlägst dich, hab ich den mit Diamantschart, einen Diamantrüstung ohne Rüstung, oder? Ich hab auch einen Diamantschart, aber keine Rüstung, weil ich nicht so ein Viking bin wie du. Hör auf! Ja, Willi. Aua. Willst du jemanden fragen, was zu essen? Äh, nein. Dank. Oh, cool. Jule. Nein! Brot für alle! Warum hab ich jetzt ein ganzes Brot verteilt? Jetzt hab ich nichts mehr. Brot für die Massen. Wer hat mich gerade gekickt? Und warum hat Willi das gemacht? Das ist, äh, ja. Sorry. Alter! Ihr sollt nicht mich hauen! Also andere Pärzen, ey. Sonst immer gerne, bitte. Ach, 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 ach. Warum steh jetzt eigentlich eigentlich alle hier drauf? Scheiße, Fresse. Ja, stimmt. Das ist ein paar. Super. Wo geht es eigentlich hin? Oh. Eissi. Drei, zwei, eins. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Vorne. 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 Aua! Ich mach's nicht. Noch mehr Brot. Willi, ey. Ja, Jule hat gerade fünf Apps eingedauten. Willi, hast du was zu deiner Verteidigung zu sagen? Es ist nicht meine Schuld, wenn du auf dich zugestimmt kommst, wenn ich gerade auf den Blaze einschlage. Alter, das ist scheiße, wisst ihr was? Oh nein! Was ist denn? Ihr seid jetzt alle im Neta und ich bin wieder an unserem Anfangs-Spawn. Superklasse. Tim, ich gehe aus dem Neta raus. Nein! Aber das Problem ist, ihr wisst auch gar nicht, wo es zurückgeht. Tim, du kannst gar nicht liegen. Mensch, ich habe doch die Mini-Map, kümmert euch nicht um mich. Ich brenne! Oh, Wasser! Oh, ein Wizzerskelett! Nein! Nein! Sollen wir dir helfen, irgendwie so, Basti? Nö. Hey, ich wollte auch schon immer eins sehen. Wenn du mich jetzt schlägst, dann bin ich tot, wollte ich nochmal sagen. Echt? Schlag ihn, schlag ihn! Schlag ihn bitte, einer! Hey, von dem hat sich gerade auf den Werd gekriegt. Ich habe dir vor uns einen Schlag gegeben. Von mir. Boah, es sind ja die ganzen Wizzerskelette überall, Alter. Also, unser Anfangsgrund ist über... Hey, ich glaube nicht von XP! Hallo! Ich habe das Teil getötet, du Spaß! Was ist das denn so nicht XP? Ja, Mann! Alter, wenn hier noch ein Wizzer auftaucht, ja, dann lief nicht. Ich habe jetzt halt schon drei Wizzer getötet. Ja, das ist ein Wizzerskelette. Ja, Wizzerskelette. Wizzersgasp ist scheiße. Noch besser als. Ohohohohohohohohoho. Achso Wizzerskelette, Alter. Wer hat sich so einen Scheiß ausgelassen? Notch? Neu, aber die meisten sind Jahre. Notch macht doch kaum mehr Minecraft. Ja, okay. Es war. Meine! Noch ein bisschen, Alter, ich hasse diese Teile. Wir könnten denn eine Brauerei? Nee. Ja, ein Braustand. Wie viele Lohnrouten habt ihr? Ich hab zwei. Jetzt sind wir am 14. Ich hab neun. Ich hab fünf. Ja, Jula hat die neun, weil sie meine eingesündet hat. Ich hab zwei. Du hattest auch schon. Ich hab auch zwei, weil ich hab zwar viele getötet, aber... Hier sind, hier sind auch noch Places. Daher. Fähig mir auch schwer, aber ich werd'n sagen. Ich hab keinen Zombie-Pigman geschlagen, also hütet euch vor Zombie-Pigman. Super, Bust. Das war aus der See, der ist mir beim Kampf gegen die Places dazwischen gerannt. Oh Mann, wie soll es fliehen jetzt ein, Willi? Es ist voll unfair. Unfair. Alter, du, ich hab aufgehört mit einem Herz zu bluten. Was für ein Glück, Alter. Äh, nicht zu bluten, sondern zu brennen. Wie komm ich auf... Brennen. Ja, ich brenn dir mal gleich ein, du. Tim. Ja, ich bin immer noch auf dem Weg nach Hause. Und das, obwohl ich fliege. Ja. Was mir damals in den ersten Folgen für Wege zurückgedeckt hat, war irgendwie die ersten zehn Folgen, die wir leider hingelaufen sind. Hallo, ich bin immer noch ein paar Monate... Ja, ich bin immer noch... Lege. Ja. Also, ich bin immer noch auf dem Weg nach Hause. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.